Der Feminismus ist ja eben nicht für die Befreiung der Frauen und so und für die Wahlfreiheit der Frauen, sondern er propagiert ja ganz klar eine Richtung. Also werdet so wie die Männer, macht Karriere, macht das. Die wollen Beziehungen haben, aber die haben auch den Markt natürlich dadurch total aufgebrochen durch Tinder und sonst was. Und dass sie sich halt sexuell so zur Verfügung stellen, dass die meisten Männer sagen, wenn sie in Berlin leben, hey, ich kann jeden Tag eine andere vögeln, wenn ich möchte, warum soll ich mich dann auf eine Beziehung einlassen? Dann habe ich noch den Stress, dann muss ich mich noch ändern, dann muss ich mir noch anhören, spiele nicht so viel Computer oder mache dies nicht oder mache das nicht. Nee, mache ich nicht. Und dann kriege ich Kinder und dann werden mir die Kinder weggenommen. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin hier in Wien auf der Konferenz von Christoph Heuermann auf der Heureka-Konferenz. Hier sind wir auch schön am Schloss hier in Wien. Und ich habe ja auf der Konferenz Maximilian Pütz kennengelernt. Hallo Maximilian. Hallo, hi. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja hier auf meinem Kanal schon viel zum Feminismus gemacht oder eigentlich noch gar nicht so viel. Ich war letztens auf einem CSD, habe da mit Leuten über den Gender-Mainstream, über den Gender-Wagen gesprochen. Und Maximilian, du bist ja seit Jahren Dating-Coach. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Dating-Coach zu werden? Ja, die Story ist eigentlich auch so die Story, die viele meiner Kunden durchlebt haben. Meine Eltern haben sich irgendwie getrennt. Da war ich so elf, zwölf Jahre alt und ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Und ich bin als Charakter eigentlich eher, sage ich mal, femininer aufgestellt. Auch natürlich dann, da ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin. Ich interessiere mich dann eher für Literatur, Musik, Kunst und so. Nicht so die klassischen Männerthemen. Ich hatte früher auch lange Haare und hatte eine ganz zierliche Statur und sowas. Das hat sich mal ganz schön geändert. Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Powerlifting sei Dank. Und dann... Und mit den Haaren. Mit dem Haaren hat das sich auch richtig krass geändert, ja, auf jeden Fall. Und ja, und dann bin ich halt so aufs Internat gekommen. Und naja, dann kommen die Hormone. Ja, ich war so mit zwölf, dreizehn war ich da. Dann habe ich jetzt halt irgendwie Frauen. Und irgendwie haben... Ich habe einen super Draht zu Frauen. Ich hatte immer weibliche Freunde. Ich habe mich alle mit mir unterhalten. Mir hat immer gesagt, was ich für ein toller Typ bin und so. Und dass ich später mal alle Frauenherzen brechen werde und so. Aber das Komische war, es hat sich irgendwie keine Frau für mich wirklich als Freund oder Partner interessiert. Und auf unserem Internat gab es dann genau das Gegenteil. Das war der gute Tobias, ja. Und der hat wirklich, wie er das, eine Frau nach der anderen. Er hat im Prinzip jede attraktive Frau da gehabt. Ja, und alle Frauen haben immer gesagt, ja, den Tobias, auf den würde ich mich nie einlassen und so. Der will doch die Frau nur bla bla bla. Und er hat sie alle gekriegt. Und die haben sich bei mir dann ausgeheult. Und ich habe gesagt, what the fuck? Was läuft hier falsch? Ja, im Prinzip alles, was du gelernt hast, auch was durch deine Mutter, ja. Ja, sei nett zu ihr, höre zu und so. Und ja, wenn eine Frau was von dir will, dann mach ihr Geschenke. Oder dann wird sie es dir schon zeigen oder sowas, ja. All das war falsch. Und da war ich richtig angepisst. Und das war dann wirklich so ein Problem. Und die Frauen haben immer gesagt, du bist süß zu mir, ja. Und da habe ich gesagt, Friendzone. Genau, absolut. Absolut in der Freundesschiene, immer. Ich war immer der gute Freund, Zuhörer. Und da habe ich gesagt, scheiß auf süß. Und da habe ich mir das erste Mal eine Glatze rasiert. Da hatte ich noch volles Haar. Und ja, dann waren das so die damals die Hip-Hop-Szene. Dann Baggy Jeans und Cappy und so. Und dann so ein bisschen mit dieser coolen Attitüde, aufgesetzt natürlich damals, habe ich dann wirklich meine erste Freundin dann auch auf dem Internat gekriegt. Die dann neu kam und die kannte den alten Maximilian nicht, aber kannte dann den neuen. Und dann hatte ich auf einmal meine erste Freundin. Bam. Und meinen ersten Sex. Also auch relativ spät. Gut. Und so ging das aber weiter. Ich hatte trotzdem keinen Clou, was Frauen angeht. Die hat mich dann auch verlassen. Dann war ich wieder zwei Jahre Single. Und auch sexloser Single. Also nicht irgendwie, hey, geiles Single-Leben oder so. Und das hat sich nochmal so zwei-, dreimal wiederholt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt muss ich irgendetwas ändern. Es kann nicht angehen, dass ich irgendwie da überhaupt keine Kontrolle über mein Leben habe. Und dann, damals gab es in Deutschland noch keine Pick-up-Community, Verführungs-Community, wo man sowas lernen kann. Aber es gab halt in Amerika so ein Forum. Und das habe ich dann irgendwie zufällig entdeckt. 2004 war das. Und habe dann gedacht so, krass, wie, das kann man lernen? Und habe mich da halt richtig reingehangen. Also richtig fies. Immer nur gelesen. Und bin jeden Tag rausgegangen und habe Frauen angesprochen. Und habe einen anonymen Blog geführt damals. Und der hat dann immer mal... Als der Joker. Als der Joker, genau. The Joker. Ich kann mich auch nochmal ganz kurz hier outen. Ich habe 2007 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da war Maximilian, glaube ich, schon auch in Talkshows, im Mainstream war der. Und ich habe tatsächlich auch 2011, habe ich zwei Jahre, habe ich auch als Dating-Coach gearbeitet. Insofern, da haben Maximilian und ich, wir haben uns gestern, vorgestern das erstmal kennengelernt und haben uns viel und gut unterhalten und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das Video einfach mal zusammen. Und ja. Und ich habe von dir wieder gehört durch einen gemeinsamen Freund, der sagte, ja, ja. Und ich weiß gar nicht, wie wir auf dich gekommen sind. Und ich sagte, ja, kennst du auch, da ging es immer irgendwie libertär oder so. Und da meinte ich zu ihm, ja, kennst du hier große Freiheit, der ist doch auch aus Hamburg und so. Da gucke ich gerne mal manchmal die Videos und so. Da sagt er, ja, 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 Jens. Und das ist ja ein ganz schlimmer Finger. Und so, der hat auch raus mit den Frauen und so. Und so, die Zeit sind schon lange verstanden. Ja, ja, ja. Und ja, und dann haben wir uns hier getroffen und ich bin ja eigentlich zu dir gekommen und habe gesagt, so, hey, cooler Kanal und so. Und dann hast du gesagt, dass du mich kanntest. Ja, und so ist das halt. Und das mache ich halt, habe ich dann, dann irgendwann ging es los mit Coachings und so. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, dann in Talkshows, wie du gesagt hast. Und das Ganze hat sich dann halt so ein bisschen, weil irgendwann fragst du dich ja, ja, woher kommt denn das, dass so viele Männer Probleme haben mit Frauen? Woher kommt das denn? Das ist doch eigentlich easy. Ich sage immer, du hast 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Dürft es eigentlich kein Problem sein. Alle wollen ficken, auf Deutsch gesagt, ja. Auch Frauen. Alle wollen geliebt werden. Ja, das auch. Ich probiere ja, mich aber sehr gewählt hier auszudrücken. Ja, genau. Okay, alle wollen Sex. Alle wollen geliebt werden, alle wollen Sex. Ja, so. Wo ist das Problem? Und warum ist es so, dass gerade die intelligentesten, feinfühligsten, also die tollsten Männer, die du so im Persönlichen kennenlernst, ja, warum ist es, dass die leer ausgehen meistens und dann Typen, wo du selbst als Mann sagst, oh, Alter, das ist ein ganz schönes, widerliches Arschloch, so mit dem möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht abhängen, Weiber haben ohne Ende. Was läuft da falsch? Und dann habe ich halt begonnen, die Ursachen zu erforschen. Und deswegen ist jetzt auf meinem YouTube-Kanal jetzt eigentlich fast, sage ich mal, 70 Prozent, im Gegensatz zum früher, feminismuskritische Videos, gesellschaftskritische Videos und ein bisschen Man's Rights-Geschichten und auch ein bisschen MGTOW-Content oder sowas. MGTOW muss man vielleicht, weiß ich nicht, ob deine, hast du schon mal dazu was gemacht? Nein, noch nicht, aber da können wir ja gleich drüber. Okay, gut. Lass uns erst mal mit Feminismus anfangen. Die Feministinnen, die sagen natürlich immer, Feminismus ist wichtig, jede Frau muss eine Feministin sein. Warum ist für dich Feminismus eigentlich genau das Gegenteil von dem, was es bezwecken soll? Oder was ist Feminismus für dich überhaupt? Erst mal so angefangen. Also Feminismus ist für mich eine Hassbewegung. Also das wird ja immer auf den Rechten oder den Weißen oder den bisschen national eingestellten YouTube-Kanälen. Also Feminismus ist wirklich eine Hassbewegung, nämlich eine Hassbewegung gegen Männer. Und das sieht man ja. Es wird dann immer behauptet, ja Feminismus ist ja für beide Geschlechter und will ja nur Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Dann sage ich immer, herzlichen Glückwunsch, habt ihr erreicht, könnt einpacken. Haben wir lange Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist es sogar so, dass ja Frauen viele gesetzliche Vorteile haben, die Männer nicht haben. Ehe, Recht, irgendwelche besonderen Quotenregeln und so. Ich glaube Gleichstellungsbeauftragte, das kann immer nur eine Frau sein. Da war letztendlich mal so ein Gerichtsurteil von einem Mann, der Gleichstellungsbeauftragte werden wollte. Und das ging dann nicht. Ja, und es gibt da ganz viele Beispiele. Es gibt diese eine Monika Ebeling aus Goslar, die es gewagt hat, als Gleichstellungsbeauftragte auch eine Aktion zu machen, irgendwie Väter sind auch wichtig oder sowas. Also nur irgendwie sowas auf so Schultüten. Und die haben sie rausgemobbt. Arne Hoffmann, der Co-Autor meines ersten Buches, der kommt ja aus der Männerrechtsszene, hat die Versuche seit Jahren, ich schreibe mal offene Briefe an das Familienministerium, auch auf Benachteiligung, zum Beispiel auf die Lesekrise der Jungen aufmerksam zu machen, dass da auch Jungen gefördert werden, irgendwie dort auch was zu bewegen, dass es auch Männer unterstützt werden. Oder wir haben auch 200 Frauenhäuser in Deutschland, alle staatlich finanziert. Und es gibt fünf Männerhäuser, deswegen gibt es auch so viele männliche Obdachlose, über 80 Prozent. Davon sind, glaube ich, zwei teilweise staatlich mitfinanziert, die anderen sind alle privat finanziert. So, und da gibt es eine große Diskrepanz einfach in dem Thema. Frauen geht es in Deutschland oder in westlichen Ländern so gut wie keinem, auch besser als Männern. Und ich finde gerade bei dem Feminismus ist es halt immer, auch wenn ich Frauen kennenlerne, man hört dann so oft immer, ja, Frauen sind ja immer noch nicht gleich, behandeln sich, verdienen ja weniger. Es ist halt immer diese Propaganda vom Gender Pay Gap, wo ich auch immer ganz einfach sage, wenn denn Frauen weniger verdienen würden, die Unternehmen, die sind ja alle profitgierig, die sind ja alle profitorientiert, da müssten doch die Unternehmen eigentlich nur Frauen einstellen. Insofern lassen sich solche Propagandasachen immer ganz einfach widerlegen. Und dann ist es für mich auch immer, ja, die Frauen machen sich selbst zum Opfer, wo ich sage, so von wegen, wenn du meinst, du bist überall unterdrückt und hast es überall so schwer, dann hast du auch dieses Mindset von, ich bin ein Opfer und ich muss irgendwie Quoten haben und alles, ich muss überall bevormundet werden, wo ich sage, ich sehe einfach jeden Menschen als selbstverantwortungsvollen Menschen, der Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen kann und auch sollte. Und so möchte ich behandelt werden und so, finde ich, sollte auch jeder selbst Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und das ist halt bei Frauen halt einfach, wir sind Opfer, der Staat muss was machen. Ja, es ist halt der easy way out, diese Opferhaltung, da neigen ja sowieso sehr, sehr viele Menschen dazu, zu sagen, sich als Opfer zu sehen, des Systems, des Staates oder sonst was. Ich habe ja angefangen, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht, dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht und habe ein bisschen als Schauspieler im Theater gearbeitet. Und da ich natürlich kein stetiges Einkommen hatte, als ich dann keinen Job hatte, hatte ich dann ganz schnell zum Beispiel Hartz IV. So, jetzt kann ich rumzuhören, oh, ist alles so böse, keiner nimmt mich als Schauspieler, bla bla bla, oder irgendeine böse Welt. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt dann nicht rumgechillt, als Hartz-Vierler, sondern ich habe dann gelesen, studiert, ich bin rausgegangen jeden Tag und habe da dann auch meine erste Webseite aufgebaut, mein erstes Angebot gegeben. Ja, und ein paar Jahre später war ich in fast jeder deutschen Talkshow, habe drei Bücher jetzt geschrieben im Heine Verlag. So, da hat mir keiner geholfen. Das habe ich einfach alleine gemacht. Und das ist halt der Punkt. Männer haben diesen Drive. Und da haben wir auch schon gestern auf dem Schiff drüber geredet. Wir sind ja hier auf einer Konferenz, wo es ja auch um Freiheit geht, wo es um Cryptocurrency geht, wo es darum geht, wie kannst du Steuer optimieren, wie dein Business nach vorne bringen. Entrepreneurship allgemein. Ja, genau. So, und was haben wir hier? Hier haben wir eine Frauenquote von, sage ich mal, zwei, drei Prozent. Und die sind meistens immer noch mitgeschleppt worden von den Männern. Genau, von den Männern. So, das ist für mich so, das schreit einem so ins Gesicht an, weil das ist ja, der Christoph hat einfach nur einen Blog im Internet, den kann jeder lesen, jeder ist eingeladen, man hätte ihm nur eine E-Mail schreiben müssen. Es ist kostenlos auch noch, ja, das Event. Wo sind die ganzen tollen weiblichen Entrepreneurs, die immer noch gefördert werden mit irgendeinem besonderen, super, jetzt habe ich gerade gesagt, Digital Female Award wird gerade gemacht. Ja, ja, wo sind die denn hier? Steht doch allen offen die Tür. Und das ist es auch. Ich meine, wir sehen halt auch diese Girls-Stell sind schon seit 10, 20 Jahren und letztendlich ist es in vielen Berufen, ist es immer noch so, oder bei vielen Studiengängen ist es immer noch so, dass hauptsächlich Männer da nur hingehen. Oder halt auch einfach, wie wir jetzt, wie du gerade gesagt hast, bei solchen Entrepreneur-Veranstaltungen, auch was meinen Kanal angeht, ich glaube, ich habe nur vier Prozent weibliche Zuschauer und da ist natürlich halt einfach der Feminismus, möchte Männer und Frauen gleich machen, aber wir sind gerade einfach mal unterschiedlich und das ist das Tolle, wo ich einfach auch sage, ich beschreibe das mal so ganz schön mit Ying und Yang, so von wegen, Männer und Frauen sind unterschiedlich und das erzeugt auch gerade Anziehung. Wenn wir alle gleich gemacht werden, dann ist das halt einfach genau das Gegenteil. Es wird keine Anziehung erzeugt, sondern jeder geht seinen Weg und das ist für mich auch gerade, wenn man sich damit beschäftigt, Feminismus gehört ja sozusagen zur sozialistischen Agenda. Marx hat ja auch schon geschrieben, wir wollen die Familie abschaffen. Oder Willem Reich, der sozialistische Psychiater, hat auch gesagt, okay, wir können die kapitalistische Gesellschaft nicht überwinden, wenn wir die Familie nicht zerstören. Darum geht es gerne beim ganzen Feminismus einfach nur. Frauen gegen die Männer auszuspielen, dass halt alle Menschen halt irgendwie rumvögeln, irgendwie psychische Probleme bekommen und ja, letztendlich nach dem starken Staat schreien. Insofern, ich sage immer, je mehr ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze, Feminismus, welche, ja, wo man uns hindrängen möchte, was eigentlich für eine Agenda dahinter steckt, desto konservativer werde ich auch. Jetzt habe ich ganz viele Themen auf einmal angesprochen. Ja, ist bei mir wirklich relativ ähnlich. Ich habe auch als klassischer Linke angefangen. Ich habe auch, als ich früher noch gewählt habe, habe ich auch wirklich die Linke gewählt. Da waren die auch noch nicht so feministisch, aber sie waren halt vor allem, waren eine der wenigen, die sich gegen den Krieg eingesetzt haben. Das war für mich ein ganz wichtiges Thema. Aber jetzt natürlich, wenn man sich mit den Inhalten auseinandersetzt, dann merkst du auch natürlich, oh Gott, oh Gott, ja. Und es ist bei mir eine ähnliche Entwicklung eigentlich. Und was du noch gesagt hast zu dem Thema, dass trotz dieser Girls' Days und sich nicht viel verändert, es ist sogar noch viel krasser. Es gibt das sogenannte Gender-Paradox. Das heißt, in den Ländern, in denen es den Menschen am besten gibt, also in westlichen Ländern, neigen Frauen dazu, viel stärker klassische weibliche Berufe zu nehmen, als jetzt zum Beispiel in Indien oder in den ärmeren Ländern. Weil da müssen sie es einfach, ja, da haben sie keine Wahlfreiheit und da versuchen sie ein Ingenieur zu werden oder sonst was, weil die Jobs halt gibt und sie da halt Geld verdienen. Aber in den westlichen Ländern nehmen die Frauen viel eher traditionell weibliche Jobs an. Und ich finde, da ist es auch gerade einfach der Feminismus. Du hast gerade gesagt, die Linke, die haben halt immer was gegen Krieg gesagt. Und natürlich, klar, die schauen halt einfach nur ganz oberflächlich auf die Welt. Die sehen einfach, okay, Frauen sind weniger in bestimmten Berufen vorhanden oder es gibt halt Krieg und sagen einfach Symptombekämpfung, anstatt sich die Ursachen anzuschalten. Man kriegt, wo ich auch sage, Krieg wird es einfach nicht geben, wenn wir auch ein anderes Geldsystem hätten, dann wäre das alles gar nicht finanzierbar. Und natürlich, was das angeht, dass Frauen in bestimmten Berufszweigen weniger vertreten sind als Männer, das hat natürlich mit den Rollenverteilungen, mit den biologischen Unterschieden zu tun. Da ist natürlich auch dieser Genderwahn, die leugnen halt einfach die biologischen Unterschiede und es gibt halt einfach biologische Unterschiede. Es ist halt einfach, wie ich immer sage, Männer sind im Durchschnitt größer und stärker als Frauen und haben mehr Testarbon und das macht einfach Mann und Frau komplett unterschiedlich und das ist auch gut. Und was das noch fatale ist und ist, dass es natürlich immer nur um die privilegierten Stellen und Jobs geht. Die ganze Drecksarbeit, die ganze Drecksarbeit, Kanaltaucher, Müllabfuhr, dürfen natürlich gerne immer noch weiterhin Männer machen. Ja, also auch da Arbeitsunfälle, haben wir eine Quote von acht, also von zehn Toten sind es acht oder neun Männer zu einer Frau. Alles, was gefährlich ist, alles, was irgendwie unbequem mit Jobs sind, die draußen bei Wind und Wetter, das machen alles Männer. Und ich habe noch nie eine Feministin und angeblich sind es auch für Gleichheit dafür eintreten gesehen, zu sagen, okay, Ladies, wenn wir wirklich aber mit den Männern gleichziehen müssen, dann müssen wir auch die Scheiße schaufeln. Dann müssen wir auch sagen, dann müssen wir auch die anderen Jobs machen. Das ist genauso mit dem Wahlrecht. Da wird ja auch immer gesagt, das ist ein Wahlrecht für Frauen, die hatten die ganzen kein Wahlrecht. Das Wahlrecht ist in den meisten Nationen an den Militärdienst gebunden worden. Und es ist in Amerika halt immer noch eigentlich. Das heißt, du musstest in Amerika bis vor kurzem noch unterschreiben, dass du dich halt draften, nennen die Amerikaner, also ziehen lässt. Das ist eine Zufallsziehung. Dann wie im Vietnamkrieg, wissen vielleicht einige von euch, hast du dann einen Brief gekriegt, so Junge, morgen geht es ab nach Vietnam. So, und das musstest du unterschreiben und damit hast du das Wahlrecht bekommen. Und deswegen gab es ja auch viele Frauen, den größten Teil, als die erste Abstimmung war in Amerika für das Frauenwahlrecht, waren gerade Frauen, haben die meisten Frauen dagegen gestimmt. Ja, weil sie einfach nicht natürlich in den Krieg wollten. So, und dann wurde es den Frauen einfach so gegeben. Also, sozusagen, das Recht wurde ihnen gegeben, die Pflichten aber nicht. Für mich ist es so, ich als Libertär, ich sage ja, wählen ist ein Gewaltverbrechen, niemand hat das Recht, über die Leben von jemand anderem zu bestimmen, aber ich würde auch grundsätzlich sagen, Stefan Molli hat da mal ein schönes Video gemacht, der hat halt einfach die These aufgestellt, dass seitdem Frauen das Wahlrecht haben, ist der Staat immer größer geworden. Und natürlich auch das, was der Staat verspricht, Sicherheit, wir kümmern uns alle um euch, wir sind eine große Gemeinschaft, das sind natürlich so die Werte, auch was Hayek so schön mit seinen Zwei-Welten-Theorien angesprochen hat, wir kommen halt alle aus der Stammesgesellschaft und das sind natürlich Werte, die der Staat propagiert oder wo er Werbung mitmacht, das sind natürlich so die Werte, die aus der Familie kommen, aus der Stammesgesellschaft, das hört sich natürlich alles toll an, wenn du sagst so von wegen, ich bin für Kapitalismus, für eine arbeitsteilige, kalte Arbeitswelt, dann sagen natürlich alle, nee, das möchte ich nicht unbedingt, das hört sich nicht so toll an. Und deswegen sage ich auch, okay, Wahlen verurteile ich sowieso schon und Frauen, natürlich, sie sind halt einfach von ihrer Art viel emotional als Männer und sind natürlich auch eher, fallen sie auf solche Rattenfängereien, die halt immer, ja, die den Staat immer nur größer werden. Und auf Dinge, die sich gut anhören, hört sich ja alles immer super gut an und so, ja, und wir machen was für die Familie und wir machen was für da was, aber wer bezahlt das halt alles, ja? So, und das ist halt der, das ist halt der, der Punkt einfach und Frauen beschäftigen sich halt einfach auch nicht mit Politik, ja? Es ist ja so mit, ich finde, mit dem Wahlrecht, also wir haben ja das Wahlrecht, ja? Das ist ja eine andere Debatte, die du gerade gesagt hast, muss auch eigentlich die Verpflichtung kommen, sich ein bisschen mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen. Und wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass sie... Wir haben Politikunterricht in der Schule. Ja, super, ja, fantastisch. Die ganzen politischen YouTube-Kanäle, ja, haben dann auch so einen Watch-Anteil wie du hast, halt irgendwie sowas bei zwei bis fünf Prozent. Sie interessieren sich nicht Politik, also eigentlich haben wir in der Politik eine Überrepräsentation von Frauen, ja, weil es müsste dementsprechend auch dem Interessengebiet sein. Also ich kann ja nicht irgendwie irgendwas wählen, so gut für, ich kann es schon, das ist aber eigentlich verwerflich, ja, wenn ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, dann wähle ich natürlich das, was sich total nice anhört. Ja, SPD, wir sind für Familie und wir stärken die Mutter und die Familie. Ja, klar. Was meinst du, wie soll es denn tatsächlich zwischen Männern und Frauen aussehen? Du hast gestern die steile These aufgestellt, Männer so ein Dominant-Frauen sind von Natur aus devot. Ja. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Ich hatte ja letztens so ein Interview mit WDR Cosmo, das wird jetzt wahrscheinlich auch bald ausgestrahlt werden, und dann sagte sie am Ende des Interviews, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin echt schockiert. von Ihren patriarchalen Vorstellungen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja in Ordnung. Mich interessiert immer nur die Realität. Ich bin ja ganz anders aufgewachsen und sozialisiert. Ich habe mir mein Denken angepasst an die Realität. Ja, das Aufwachen war ja dadurch, dass die Realität im Widerspruch zu dem stand, was ich gelernt habe. So, und in der Realität zeigt es sich nun mal ab, dass das, was ja auch seit Jahrtausenden funktioniert hat, dass das immer noch in unserer Biologie und in unseren Köpfen drin ist, dass Frauen einen Mann suchen, dem sie sich auf eine Art unterlegen fühlen. Fast alle Frauen neigen dazu, einen älteren Mann zu nehmen, einen größeren Mann und einen Mann, der mehr verdient oder in einer sozialen Leiste höher ist als sie. Auch in Deutschland. Gerade gab es noch im Berliner Statistikinstitut, da haben 93% der Frauen gesagt, ich will einen Mann, wenn ich heiraten würde, der mehr verdient als ich. Und das ist natürlich auch, wir haben ganz viele high professional Frauen, nur natürlich, sie sind schon ganz oben in der Einkommenspyramide oder in der Machtpyramide und natürlich wollen die nach oben schauen und da wird die Luft immer dünner. So sieht es aus. Und dann gibt es dann immer dieses Bullshit-Argument, ja, die Männer haben Angst vor starken, selbstbewussten Frauen. Totaler Schwachsinn. Die Männer sind viel, viel weiter und progressiver als die Frauen, weil es gibt wirklich genug Männer, die sagen würde, ja du, das ist doch kein Problem, dann mache ich halt irgendwie den Erziehungsurlaub und sowas und ich habe ja auch ein paar Freunde, ich bin ja jetzt auch 40 und so. Die Frauen wollen das nicht. Ja? Die Frauen sind da die sozusagen größten Behinderung des Feminismus oder der Emanzipation, weil es nicht ihrer Natur entspricht und spätestens, wenn sie ein Kind bekommen haben, selbst wenn sie vorher die großen Vorstellungen von Karriere und sonst was haben, da kickt halt die Biologie vor rein, die werden mit Hormonen geflutet und auf einmal sagen sie, das ist genau wie bei meiner Schwester, ja, die hätte auch Verlagsleiterin werden können und sonst was, jetzt macht sie Grundschullehrerin halbtags, weil sie lieber Mutter sein wollte dann und für ihre Kinder da sein als Karriere machen. Das ist eine Entscheidung, die Frauen treffen und das hasse ich halt allgemein an Menschen, aber an Frauen dann halt insbesondere, bestimmte Entscheidungen zu treffen und sich dann am Ende zu beschweren und zu sagen, ja, die Entscheidung, die ich betroffen habe, jetzt verdiene ich nicht das Gleiche wie Männer. Ich arbeite zwar nur halbtags, ich mache keine Überstunden und ich bin ja am Wochenende jetzt mit meinen Freunden einen Kaffee trinken in Wien, während wir hier sitzen und uns irgendwelche Vorträge anhören den ganzen Tag, aber ich verdiene nicht das Gleiche wie die Männer. Ja, buhu, ja, warum nicht? Wenn du genauso Gas gibst, und da bin ich vollkommen überzeugt, nee, ich muss sogar noch weitergehen, wenn du als Frau genauso Gas gibst wie ein Mann, wirst du sogar wahrscheinlich mehr verdienen als ein Mann, weil ja die ganzen Unternehmen händeringend ja nach Frauen suchen für einen Vorstand und für die hohen Positionen, um sich als modernes, progressives Unternehmen darzustellen. Also du hast es als Frau eigentlich viel, viel leichter. Und ich finde es auch gerade schlimm, wenn dann einmal eine Frau dann nicht sich für Karriere entscheidet und für Kinder oder wenn eine Frau sich dann für einen Mann entscheidet, zu dem sie aufschauen kann, dann wird denen auch mal gesagt, so von wegen, ja, ihr seid ja noch total rückwärtsgewandt, ihr habt ja noch patriarchale Denkweisen bei euch drin. Und da sieht man jetzt auch immer mehr, geht der Trend dahin, auch schon im Kindergarten zur geschlechtsneutralen Erziehung. Da geht es halt einfach nur darum, das Patriarchat abzuschaffen, wo es halt, wo ich einfach sage, das wird dann halt katastrophale Folgen für die Gesellschaft haben. Und das ist einfach diese sozialistische Agenda, Familie zerstören, die kleinste Einheit einer Gesellschaft und sobald man die zerstört, hat man, ja, sind die Leute einfach alle irgendwie, haben keinen Rückhalt mehr in der Gesellschaft und schreien nach einem großen Staat. Ich meine, man muss sich einfach nur mal anschauen, viele denken halt immer, diese sexuelle Revolution, Revolution, das kommt irgendwie vom Woodstock aus den USA, aber die Bolschewikis waren die Ersten. Die haben halt, als sie an die Macht gekommen sind, haben die den Frauen gesagt, okay, ihr könnt gerne Spaß haben, so von wegen, wenn ihr Kinder kriegt, wir als Gemeinschaft sind für euch da. Insofern, diese ganze sexuelle Revolution kommt halt immer nur aus der sozialistischen Richtung. Und da sehe ich auch einfach, da können wir uns gleich auch nochmal drüber unterhalten, wo auch heute, in Zeiten von Tinder, natürlich, Tinder ist nur einfach ein Tool, aber heute wird es auch immer mehr toleriert, dass Frauen viele Sexualpartner haben, viele Erfahrungen sammeln, da ich meine, man sieht halt, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, was klassische Rollenbilder angeht, so in den Manstream-Medien oder ja einfach in den Hollywood-Filmen, in den Serien, du siehst halt immer, die Frauen sind, ich denke zum Beispiel an Sex and the City, da sind dann die Frauen, die irgendwie verheiratet sind und Kinder haben, das sind die Langweiligen, die Coolen sind diejenigen, die irgendwie von einer Affäre zu andere in die andere schlendern, Männer, die Aufreißer sind, das sind die Coolsten, Tollsten überhaupt, Männer, die Väter sind, die werden als die Langweiligen dargestellt, Idioten, so Trotteltypen sind das immer, genau, so Trotteltypen, wo halt einfach überall Propaganda, überall Brainwash unterwegs ist, wo ich halt einfach, wenn ich, ja, wenn ich so in Hamburg im Nachthimm unterwegs bin, wo ich denke, die Propaganda ist von so vielen Frauen geschlupft worden und von so vielen Männern, wo halt einfach, ja, alle haben irgendwie, ja, sind viel Freizüger, was sexuelle Abenteuer angeht, aber mit was für, ja, was für Konsequenzen das auch gesellschaftlich hat oder auch individuell für die einzelnen Frauen, für die Männer, da denkt dann keiner ran. Ja, ist richtig. Der Feminismus ist ja eben nicht für die Befreiung der Frauen und so und für die Wahlfreiheit der Frauen, sondern er propagiert ja ganz klar eine Richtung. Also werdet so wie die Männer, macht Karriere, macht das. Also ein gesunder Feminismus, wenn es sowas überhaupt geben würde, würde ja genauso für die Rechte von Müttern eintreten und würde sagen, hey, super, du willst Mutter werden? Cool. Dann lass uns gucken, wie wir deine Situation als Mutter verbessern können. Was weiß ich, mehr Kindergeld oder sonst was, sind wir wieder mit Staatlichen, aber jetzt einfach, um in dem System zu bleiben, ja. Wie können wir es Frauen ermöglichen, besser zu leben, wenn sie Mütter werden? Es müsste ja genauso praktisch für die Wahlfreiheit der Frauen wichtig sein, wie wenn sie halt sagen, dass sie Karriere machen. Und ich bin absolut für die Gleichberechtigung, bin absolut dafür, dass eine Frau Bankerin werden möchte oder Entrepreneur, wenn sie das möchte. Super, finde ich gut, dass die Frauen diese Wahlfreiheit haben. Aber sie müssen auch die Wahlfreiheit haben, zu sagen, ich bin Hausfrau, ich bin Mutter und verdienen dafür auch den Respekt der Gesellschaft. Und es ist nun mal so, das ist ja das Lustige, wenn man sagt, Patriarchat, patriarchal, die patriarchalen Gesellschaften sind die Gesellschaften, die funktionieren und florieren, ja, weil sie auch ein Kinderreichtum haben. Wir hier in Deutschland, das sage ich halt, habe ich auch schon bei Hagen Grell auf dem Kanal gesagt, ich habe gesagt, ja, keep up the fight, für mich ist die Situation, wir sind im Arsch, ja. Wir werden nicht mehr lange existieren, also das deutsche Land oder sonst was, ja, darf es ja nicht folgen, darf es ja nicht sagen, da müssen ja gleich wieder, die Deutschen, wird es bald nicht mehr geben. Wir haben eine Geburtenrate von 1,3, das erhält noch nicht mal die Leute, die wir jetzt haben. Das heißt, früher oder später werden wir einfach aussterben, ja, wenn sich da nichts ändert. Und es kann sich nichts ändern in Deutschland, weil sobald du irgendwas sagst mit Familie stärken durch unsere Geschichte, ja, klar, guck dir Eva Herrmann an. Nationalsozialismus. Das ist das Einzige, was den Leuten einfällt, wenn sie sagt, wir müssen, ja, wir müssen Familien wieder stärken, wir müssen Mütter sozusagen auch ein bisschen Respekt geben und das fördern und sagen, das ist auch gut, wenn du viele Kinder hast, dann bist du sofort Nazi. Es ist keinem Land der Welt so wie in Deutschland, aber durch die Geschichte ist es halt so und deswegen wird sich auch nichts ändern. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass historisch gesehen die Kulturen immer untergegangen sind oder die Gesellschaften untergegangen sind, die die Restriktion auf die Sexualität der Frauen gelockert haben und man muss ja halt einfach auch nur Elder Saxe lesen, Brave New World, da geht es auch darum, alle haben immer Casual Sex, alle haben irgendwie Spaß, aber leben halt in der stärksten Diktatur überhaupt oder Elder Saxe hat ja sein Brave New World, hat da nochmal so eine Revisited-Auflage gemacht, ein paar, ich glaube sogar ein Jahrzehnt später oder so und da stand auch, da steht im Vorwort drin, je geringer die wirtschaftliche Freiheit, desto höher ist die sexuelle Freiheit und genau das sehen wir und du hast gerade gesagt, es geht halt um, die Frauen genauso wie die Männer zu machen und sobald man halt die Frauen macht wie die Männer, macht man die Männer zu Frauen und das siehst du dann in deiner Arbeit auch, du bist ja auch selbst das beste Beispiel, du hast ja auch gesagt, du warst damals eher so der feminine Typ, lange Haare, hast dich mit Musik, mit Philosophie beschäftigt und bist halt einmal nur in der Friends-Song gelandet und da gibt es ja auch heute die ganze Mick-Taube-Wegung, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen. Naja, es gibt halt, die sind auch sehr verschrien natürlich in der Presse, es ist halt also, die eine der Konsequenzen aus dieser Entwicklung ist halt, für viele junge Männer zu sagen, also ich habe im Prinzip in diesem Game keine Chance, wenn ich eine Frau heirate, nimmt die mir das Hälfte des Vermögens weg und haut ab und kriegt noch Beifall von allen. Das ganze System ist im Prinzip gegen uns Männer aufgebaut, ja, die Karten sind total schlecht, vor allem wenn du jetzt nicht der High Achiever, Banker, sonst was bist, hast du kaum eine Chance und dann sagen dich die Mick-Taus einfach, ich vermeide komplett, also eine Frau auf jeden Fall zu heiraten, mit einer Frau zusammenzuleben, ich habe keine Lust, eine Frau quer zu finanzieren, mit meinen, praktisch mit meinem Lebensstil, mit dem, was ich gemacht habe. Einige lehnen auch komplett Beziehungen ab, es gibt dann aber auch Mick-Taus, die sind durchaus in der Beziehung, aber das ist eigentlich der Grundhähne, uns sagen, sich nicht irgendwie legal zu binden an eine Frau, um halt nicht in diese, Gynoszentrismus ist da so ein Stichwort, also die Orientierung auf Frauenbedürfnisse, ja, dieses ganze Eherecht ist ja sehr einseitig gegen Männer aufgestellt und zu sagen, diesen Zirkus mache ich nicht mit, deswegen check ich aus und das ist sozusagen wie so ein stiller Protest und das wird auch das sein, das ist auch ein großes Problem für die Frauen, immer mehr, also, ich frage irgendeine Frau in Berlin, die finden einfach keinen Partner, die wollen Beziehungen haben, aber die haben auch den Markt natürlich dadurch total aufgebrochen durch Tinder und sonst was und dass sie sich halt sexuell so zur Verfügung stellen, dass die meisten Männer sagen, wenn sie in Berlin leben, hey, ich kann jeden Tag eine andere vögeln, wenn ich möchte, warum soll ich mich dann auf eine Beziehung einlassen, dann habe ich noch den Stress, dann muss ich mich noch ändern, dann muss ich mir noch anhören, dann spiele ich so viel Computer oder mache dies nicht oder mache das nicht, nee, mache ich nicht und dann kriege ich Kinder und dann werden mir die Kinder weggenommen von der Frau und ich habe keine Chance und ich habe keine Chance irgendwie da irgendwas gegen zu tun. Ich finde aber, du sagst es von wegen, dann vögeln die halt einfach nur sich durch die Gegend, die Männer, aber ich glaube, das sieht da nicht so aus, dass natürlich alle das machen, da trifft auch wieder das Perito-Prinzip zu, was überall drauf zutrifft, sind dann wirklich nur 10, 20 Prozent der Männer, die wirklich ja sehr viele Frauen kriegen können und das dann auch ausnutzen, aber dann ein Großteil der Männer, 80, 90 Prozent, sind wirklich total verzweifelt und stürzen sich dann irgendwie so in die Computerwelt. Zum Beispiel hier wurde gerade ein Interview geführt von Neon auf seinem YouTube-Kanal, da hat er auch gerade gesagt, er hat sich in die Computerwelt gestürzt, das ist alles irgendwie berechenbar, da kann man nicht verletzt werden und so sehen wir diese ganze MGTOW, also Man-Go-Their-Own-Way-Bewegung, da sieht man, in den USA ist das eine riesengroße Bewegung und da sehe ich, in Deutschland kommt das mal mehr, wo ich auch letztens, mit wem habe ich drüber gesprochen, da habe ich mit Irgendwann drüber gesprochen, da habe ich mit Irgendwann drüber gesprochen, da habe ich mir gedacht, genau das bin ich, genau das bin ich, so und wo ich halt einfach, wenn ich mich umschaue oder auch wenn man abends mal im Club unterwegs ist, denn wie viele Männer sprechen da auch eine Frau an, wie viele geben denn da wirklich Gas und das Pareto-Prinzip sieht man einfach überall und das führt halt einfach dazu, dass Frauen halt einfach sagen, okay, ich kann keinen fremdlichen Typen mehr finden, weil diejenigen, die cool sind, die haben halt einfach ein riesengroßes Angebot, die nutzen es auch aus und diejenigen, die nicht cool sind, die will ich nicht, die will ich nicht, genau, ja, das ist richtig, wobei aber nicht einen Fehler machen darf, das machen viele, wenn die das erstmal so ganz oberflächlich betrachten, dass jetzt MGTOWs nur irgendwelche frustrierte Internet-Nerds sind, die irgendwie WoW zocken, es gibt auch wirklich hocherfolgreiche Männer, die halt einfach auch gut aussehen, die Kohle haben und vielleicht hatten sie schon mal eine Scheidung und sagen einfach, den Zirkus mache ich nicht mehr mit und deswegen binde ich mich nicht emotional an eine Frau, deswegen habe ich nur Affären, damit ich nicht wieder sozusagen zum Zahlmeister für weibliche Bedürfnisse gemacht werde oder die sagen, ich werde kein Kind kriegen, weil letztendlich kann mir eine Frau jederzeit meine Kinder wegnehmen und wenn ich Glück habe, habe ich dann ein Besuchsrecht, aber wenn die Frau dann sagt, ja die ist krank oder wie hier in Deutschland, da gibt es ja auch andere Modelle, kann ja eine Frau, du wohnst in Hamburg, dann zieht die nach München mit ihrem neuen Stecher, ja dann hast du halt Pech gehabt, dann musst du halt immer nach München runterdüsen, da gibt es andere Länder, da wird dann gesagt, nee dann muss die Frau das halt, dann wird das abgezogen vom Unterhalt oder sowas oder die darf nur, ich glaube hier in Österreich ist das sogar ein bisschen anders, muss dann irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern bleiben, sonst hat sie keinen Unterhaltsanspruch mehr, aber in Deutschland kann eine Frau machen, was sie will. Und da ist ja auch, vielleicht hast du es mitgekriegt, in Berlin ist es mittlerweile auch so, dass Eltern Sozialpädagogen zu sich nach Hause bestellen können, der halt einfach oder meistens sind es Sozialpädagoginnen, wo wir auch wieder klassische Geschlechterrollen haben, die kommen dann zu dir nach Hause, wecken die Kinder oder das oder die Kinder, bringen die zur Schule, machen den Essen, bringen die abends ins Bett und wo ich auch sage, das ist auch wieder das Sozialistische, wir wollen alles kollektivieren, wir kollektivieren die Frauen, wir kollektivieren die Kinder, wir kollektivieren die Produktionsmittel und das ist gerade für mich einfach das Spannende, Sozialismus über eine Reaktion zu sehen und die Auswirkungen, die sehen wir überall. Du, ich war gerade geschockt, ich wusste gar nicht, wie weit das ja schon gekommen ist, ich hatte gerade eine alte Freundin von mir getroffen, die hat ein achtmonatiges Säugling und sagt, die bringt den morgen in die Krippe. Einen acht Monate alten Säugling. Und das ist natürlich klar, der Staat profitiert doppelt und dreifach, so von wegen, die Kinder sind in der Aufruf vom Staat, die können gendergerecht erzogen werden, der Staat kann die halt nach seinen Vorstellungen formen, die Frauen gehen arbeiten, bezahlen Steuergelder, der Staat wird noch größer, insofern es ist immer, ja, insofern. Und man hat jetzt auch, das hat letztens in Artikel dazu gelesen, dass diese Krippenbetreuung, die ist teurer, aber die wird ja vom Staat finanziert, ist teurer als das, was die Durchschnittsfrau erwirtschaftet. Ja, also es macht eigentlich gesamtökonomisch überhaupt keinen Sinn, aber weil der Staat das halt mitfinanziert, funktioniert es. Ja, weil so ein Krippenplatz kostet irgendwie 2000 Euro oder sowas kostet den Staat pro Kind, ich weiß nicht genau, wer es googelt, wird es finden und die meisten Frauen verdienen halt nicht mehr. Also es würde eigentlich mehr Sinn, wenn die Frau zu Hause ist, aber weil der Staat das finanziert mit den Steuergeldern, die er wieder abschöpft bei den Männern, das hast du vielleicht ja auch schon mal gelesen, dass Frauen real keine, sozusagen keine Steuern zahlen, weil sie sozusagen genau als Gesamtgeschlecht wieder genauso viel Leistung rausnehmen, wie sie einzahlen und Männer im Großteil der Steuerschuld auch tragen. Ja, und das ist halt einfach die Frage, was kann man dagegen machen? Also bei mir ist es ja, ich als klassischer Libertär, ich sage, okay, alle Gender Studies, sagt man, Departments an den Universitäten schließen, grundsätzlich auch den Staat komplett abschaffen. Hast du Ukraine jetzt gemacht? Hast du mitgekriegt? Ukraine, ich glaube, in Ukraine habe ich das nicht. Oder Ungarn oder Ukraine haben die abgeschafft. Ich glaube, in Ukraine kann ich mir nicht vorstellen. Ungarn, haben die alle abgeschafft. Und Trump wollte das auch machen, ich weiß gar nicht, ob das macht und da, aber grundsätzlich, nicht nur das, grundsätzlich kompletten Staat abschaffen und dann, meiner Meinung nach, würden sich halt auch wieder, ja, würde sich das ganz normal einpendeln, wenn Frauen halt, ich würde halt was sagen, das wird viel mehr dazu beitragen, dass beide Geschlechter viel glücklicher sind und wir einfach in einer ganz anderen, viel besseren Gesellschaft leben. Ja, oder wie es einfach ein sehr bekannter MGTOW-Kanal in Amerika sagt und das ist, ist definitiv richtig, sobald das Zivilisationsgerüst, was wir hier haben, ein bisschen zittert, also durch einen Krieg, durch eine Katastrophe oder sowas, ja, dann kannst du es sowieso vergessen. Dann kriegen die Frauen ja wirklich das direkt zu spüren, was Männer für sie tun. Das ist ja jetzt sozusagen sekundär. Kannst du auch schön bei Walking Dead sehen, so für die Fans, die so Serien-Nerds sind, ja, weil dann werden die Frauen automatisch den Schutz von Männern suchen. Den Schutz und die Versorgung von Männern. Wenn es dann noch starke Männer geben wird. Ja, richtig, aber dann werden sich die aber wieder durchsetzen. Das ist halt einfach so. Und die Frauen werden den Schutz suchen von den Männern, weil sie alleine, da gab es auch mal so von den Bear Grylls, so ein Experiment mit so zwei verschiedenen Island, ja, die Frauen-Island und die Männer-Island, das ging sehr geil in die Hose, das haben sie dann auch beim nächsten Mal nicht mehr gemacht und die Frauen irgendwie ganz anders unterstützt. Weil die Frauen haben da, saßen nur im Regen heulend und sind halb verhungert, haben die irgendwelche Schweine da schon praktisch so so dahin und die Männer haben sich da ihre Hütten gebaut, haben sich Speere gemacht, haben sich Fische da geholt und sowas. Dann ist dieser Zauber sowieso vorbei. Also wir können, das ist eine Luxusdebatte, die wir führen und nur durch die, die Männer halten die ganze Gesellschaft zusammen, ja, die machen den ganzen Dreck weg, die ganze Technik, alles wird von Männern erfunden, betrieben und instand gesetzt und deswegen können sich da eine Feministin hinsetzen und auf ihrem MacBook irgendwelche männerfeindlichen Artikel schreiben. Aber lass Krieg sein, dann ist der Zauber ganz schnell vorbei und dann kommen auch die ganzen Feministinnen wieder und sagen, oh, Max, beschütz mich, du hast so breite Schultern. Ein Freund von mir, der sagt auch einmal, der Herr Bosch, der die Waschmaschinen, die Staubsaugen und alles gefunden hat, den haben wir zu verlangen, dass Frauen heute Gender Studies und so studieren und uns mit solchen Sachen belästigen. Ja. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube, über das Thema können wir stundenlang weiterreden. Vielleicht sollen wir das jetzt einfach mal an der Stelle hier beenden und einfach mal schauen, wie es unten bei der Konferenz weitergeht. Ja, also an Sachen, nur noch mal für deine Zuschauer, wer Lust hat, sich ja mit diesen Themen mehr auseinanderzusetzen oder wer allgemein halt irgendwie mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfolg bei Frauen sucht oder so, der schaut mal bei mir im Kanal vorbei. Link packen wir euch dann in die Beschreibung. Genau, sehr schön. Und ansonsten verfolgt seinen Kanal weiter. Ich mache es auch auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank für das Interview, Maximilian. Ja, sehr gerne. Hat mich ja gefreut. Mich auch. Danke, danke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.